Wird die Energiepreispauschale auf Hartz IV oder Grundsicherung angerechnet, wenn ich aufstocke oder einen Minijob mache? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich beziehe Sozialgeld nach dem SGB II und gehe noch nebenher als Aufstocker arbeiten. Ich habe gelesen, dass ich deswegen, weil ich arbeiten gehe, die 300 Euro Energiepreispauschale zum 1.9. auch bekommen werde. Werden jetzt die 300 Euro an mein Hartz IV angerechnet, so wie mein Aufstockerverdienst? Nein, da müssen Sie keinerlei Befürchtung haben. Nach § 122 Einkommensteuergesetz in der neuen kommenden Fassung des Einkommensteuergesetzes verbietet eine solche Anrechnung der 300 Euro an Ihr Hartz IV. Im § 122 Einkommensteuergesetz ist ein Anrechnungsausschluss der Energiepreispauschale bei Sozialleistungen, deren Zahlung von anderen Einkommen abhängig ist, vorgesehen. Deshalb sind die 300 Euro nicht als anrechenbares Einkommen bei Ihnen zu berücksichtigen. Gleiches gilt auch, wenn Sie zum Beispiel Grundsicherungsleistung bekommen und noch nebenher einen Minijob machen. Auch dann werden Sie aller Voraussicht nach, wenn Sie zum 1.9.2022 den Minijob ausüben, als erstes Dienstverhältnis die 300 Euro neben der Grundsicherungsleistung in voller Höhe erhalten werden. Es wird also nichts ans Hartz IV und an die Grundsicherungsleistung angerechnet. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Amen. Amen.